ja ich brauche sauerstoff und ich bin ein roboter ach so stimmt stimmt ich vergaß steinschlag echt mal voll dem meteoren scheiß das ist wahrscheinlich meiner was zum arsch alter es werden immer mehr ist voll der schauer scheiße voll drauf ok cool bin so gut wie tot ich habe auch genug alles gut denke ich gibt es irgendwo radioaktiv fiery denn es wahrscheinlich zu heiß ich war mir eigentlich sicher dass es immer am planet lag ob der sicher war oder nicht aber anscheinend sieht nicht so aus wo ist der dreck 58 das reicht ja wohl 200 jetzt kann man abhauen wenn kiddie sich mal dazu bemüht da wegzugehen jetzt zu peacock das system heißt so toll jetzt bin ich mitten im space das wollte ich gar nicht peacock wo peacock peacock gradle so nordöstlich von den system wo wir waren temperate star alexis peacock cradle ja ok jams so lustig eigentlich so was haben wir jetzt hier nicht wirklich viel die kocherei lines oder peacock cradle zwei das war es eine peacock cradle vier 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 man mein schwein schläft vor meiner scheiß konsole verpissig also du bist noch nicht mal hier ok cool doch ich bin hier aber ich kann nicht gucken auf welchem planeten ich sehe gas gas giant ok und der so hier ist der forest ja hier wo ich bin ist auch einer peacock cradle eins ja soll ich zu dir kommen oder wie du magst ich kann auch rüber kommen ostileship ah du kommst schon ok cool alles klar dann fliegstern alles klar da wir go und get down cock cradle oh hey it's you was das für ein ohr coole coole bestes ohr ever oh yo hast du gedacht ja ja ich hang fallen in die fresse ich dachte er wäre schon die idee aber nicht das war es nicht das ist ein maschnam geil maschnam was bist du für ein pilzgesicht alter alter hier wohne ich hier sind lauter pilze man maschnam das arme teil der krieger maschnam alter ich zieh hier ein oma mesti hopp das maschnam warum danger ok voll das pilzhaus oh i like rothaus ja hom hall hom schnum ich sammle erstmal pilze das trüffel aus im trüffel schnum kann man doch bestimmt auch anpflanzen oder halteron das weiß ich nicht pilze anpflanzen ne ne nicht dass ich wüsste ok schade ich mache ja erstmal den pilz klar fallen sie um und die sporen fliegen raus geiler scheiß was haben die pilze denn bitte für geile schwerter das stimmt mir den nicht also die welt setzt sich zu meinen favoriten weil es pilze gibt ich habe was zum scannen gefunden nice floran happy we met ok floran i like to hear that ok ja cool ja aber dann geht es hier so tief runter da er was was zum anus und dann wasser LOL Schöne Welt auf jeden Fall Hail to the Shnom Was? Geht's da weiter? Ah, okay Da die Vase scannen Scannen Sie die Vase Ich bin nur schon dabei BAM! Kein mehr Okay Was ist da drin? Nichts Geld 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 Ach ja Fisch Das Ding ist Gönn Interesting Find Bish Aber ist das überhaupt die Rasse die wir suchen? Ja ne? Ja? Cool Hier den Knochen Was der hell? Das ist ein Großes Knochen MC Klug Scheiße Ich habe ein Großes Knochen in meinen Beinen Ja, so sind die Gegner hier auch viel leichter Ich sitze hier auf dem Baumstamm rum, okay Pfff 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 Schnomms Au Machst du Musik? Fuck Nein Floaten die Kugeln oder wie? Ne, nur die Ja Ich habe mich verklickt Ich wollte eigentlich eine andere haben und dann habe ich auch sie gekauft Weil die ist am uselessen Wie ich äh Uselisten? Ja Die ist halt nur im Wasser Alter Alter So, einmal das Papier scannen Papieren scannen sie dies Okay Das ist Dirt Alles klar Hallo Aua Den Speer Da ist ein Gegner Guess who hungry? You Of course Dann essen wir doch mal was Schnomms, kann man die essen? Pur Ne, muss erst kochen Schade Hast du nichts mehr zu essen? Doch Danke So, that's better Die sind so weit unten, dass hier Core Fragments sind Okay Ich glaube das war's auch, also fertig mit dem Ding Sieht stark danach aus, ja Die Steine Ernst Hey Vor allem, selbst mit einem normalen Jump kommst du da nicht hoch, das heißt du musst einen Doppeljump haben, sonst bist du einfach stuck Ja Für immer Für immer Naja, deswegen sollte man das wahrscheinlich auch immer als erstes machen, ne Ja Ja Na Na Das muss doch gehen, ohne Rope Oder auch nicht Oder auch nischt Ach lol Da liegt ein Schnomm in der Kiste Gut, jetzt haben wir diese Aufgabe aber noch nicht vollständig beendet, ne Ne, wir müssen noch mal gucken, ob wir noch mehr da sind So Rope Party Rope Party Aber vielleicht finden wir auf dem Planeten noch mehr, das wäre natürlich geil Hallo Hallo Ja, Monate später komme ich vielleicht auch irgendwann mal da an, habe ich das schon gescannt? Nö, aber okay Hä, woher Ausgang? Wo kamen wir denn rein? Ah da Ah Okay, cool Was habe ich da eigentlich gefunden? Rock der Hammer Loll Loll Ah Oh Oh You What